Und wieder die Spinne. Das ist total wenig. Das ist total wenig. Vielen Dank. 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 Wieso sind die eingepisst? Eigentlich sind wir zu weit weg. Okay. Das ist okay Das ist okay Nö? Nö Es lohnt sich immer wieder doch nochmal hier in den Wagen zu gucken Nö 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 So, jetzt auf in den Tod Jupp Wunder wollte er ewig leben Nö 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 Anscheinend, wenn ich die mir runden, wie es aussieht. Da steht eine Falle, ja, ist auch nicht meine. Ab, ein, in der Oma Fenster ist weg. Wir haben hier alle Anfassern dran. Okay. Das hat er steht wieder, ja? Ja. Leider nur ein paar Mal gehittet. Ein kill. Ich bin hier auf jeden Fall. Ich bin hier auf jeden Fall. Das habe ich mit der Silence da gemacht in der Hoffnung, dass sie rauskommen und gucken, aber... ... 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 hier oben. Das andere Team ist auch da. Ich glaube, das war der Käfer, ne? Es hat irgendeiner was zu tun. Ja, das war der Käfer. Na unten. Wir haben uns ohne den Dings weggemacht, ne? Oder was? Wir haben uns sofort auf den Immo geschossen. Kann das sein? Der lebt doch noch, ne? Das war ja noch so ein bisschen aggro. Ich meine nicht in Immo, ich meine in... Das war ich. In Armord. Armord, genau. In einem anderen, kleineren Gebäude sind auf jeden Fall welche drin. In einem anderen, kleineren Gebäude sind. Hier ist einer Hat Hits Oh, hier ist ja auch so einer So, red So, red Like it down Sure. Die sind dünne übrigens, ne? Sind beide oben Sind wir noch zu zweit? Ja Also die sind zu zweit, jetzt bauen die Team Ab einen Aber das andere Team ist halt auch noch hier, ne? Ich habe beide Andere Team rennen rüber Partner, ich habe noch zwei Schuss hin Auch einen So, ich muss gut fluten Mhm Hier unten Einer da, einer da Irgendjemand hat Hit da unten, wo ich ihn geworfen habe Schuss Ich gehe nicht, wo ich ihn geworfen habe Ich gehe behofft, ich gehe nicht, wo er jetzt aufgerufen hat Ich gehe einfach nur zu Hause Und das ist das, was ich noch nie Ich gehe einfach nur dran Ich gehe da noch Ich gehe da noch Ich gehe da noch Da ist noch jemanden. Da unten. Ja. Ja. Ich blute. Ist irgendwo da. Hab ich um die Tür aufgeschossen. Auch da und sehr schön. Jo. Mach da nochmal. Ja doch mega Junge. Schöne Hitzrunde. Hier. Ganz paar Fallen stehen hier noch, ne? Ja. Ach so, mega Junge. Herrlich. Füllend aus, der ist in dem Mist. Ja. Naja, wie gerade eben da bei dem... Weiß ich gar nicht mehr. Ah ne, ihr habt ja gelegen. Mh, häh, häh, häh. Da hat's action. Das ist der zweite von denen. Hier liegt ein Uppercut. Ich habe selber schon eine Mist, ich kann nur eine fragen. Komm, komm raus, oder? Komm, alles. Oh, da freue ich mich drüber, gleich auf den nächsten Tag, wenn wir zocken, wo wir die rechte Jacke wollen kriegen. Naja, von Scheiße bis Genial war heute alles dabei. Ich habe Wochenlang nur auf den Sack gekriegt, das hat so demotiviert. Ich nehme Covid und schraue mich drauf. Ich sehe ihn wieder bei beiden. Und ichете mich werte, dass ich eine programme. Und ich habe es etwas sichergestellt, wenn ich euch die du oberst lectures stand Something kann, dass ich eine有artie machen muss. Ich pissen, Alter. Was soll ich machen? Der Kaffee braucht ein Krank. Da wurde er mehr gemacht, als er wollte. Alter, eigentlich auch. Zum Glück, muss man sagen. Unverkehrt, er zwiebel. Tatsächlich, definitiv wohn für mich. Im Wunderschöne. Der Kaffee braucht, wenn er nicht zu sehen ist. Ich bin einst gerne. Ich bin einst gerne. Ich bin einst gerne. Das war's. Ich bin einst gerne. Ich bin einst gerne. Der Kilo macht den letzten Mist, das ist so ein Scheiß. Den Brüllboxen. Haben wir noch einen Fetten irgendwo? Doch hier. Vielleicht mal brauchen wir einen Sack hier. Hier! Oh nein! Nicht machen! Ist doch tot. Nix! Nix! Oh, ich war fast so gut. Alter! Verlust! Oh, ich habe gerade einen Jiu-Jitsu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018